Herzlich willkommen beim 4D Aktiencheck. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen gut, denn hier stelle ich die Vestas AG vor als Bestandteil des 4D Asset Oszillators. In diesem Video erkläre ich praktisch Anlegern, die im Asset Oszillator investiert sind oder die einfach wissen wollen, wie ich mein Geld investiert habe, warum ich diese Aktie mit ins Portfolio genommen habe. Wenn Sie wissen wollen, was der 4D Asset Oszillator ist, das ist ein Anlagezertifikat, ich verlinke Ihnen das, aber bitte beachten Sie den Disclaimer, das ist keine Anlageberatung. Sie müssen selbst zum Anlageberater gehen und ich kann hier auch keine Haftung übernehmen. Bitte gucken Sie den Disclaimer am Ende des Videos an. Wir schauen uns jetzt erstmal an, wie Sie herausfinden, welche Aktien wo sind. Wenn Sie auf die Homepage gehen, www.asset-oszillator.de, dann landen Sie hier auf der Homepage, die sich gerade hier hinter mir aufbaut. Wenn Sie auf Portfolio drücken, dann sehen Sie das Aktienportfolio, das von Herbst bis Sommer stattfindet und in den gefährlichen Monaten, August, September, Oktober, ist meine Anlagestrategie an einzunehmen. Also das ist eine saisonale Anlagestrategie, die immer eben vom Herbst bis Juli, also im Großteil des Jahres, komplett in Aktien investiert ist. Und die stelle ich jetzt hier vor. Und heute schauen wir uns an die Vestas Wind AG. Wenn Sie hier auf den Namen drücken, dann landen Sie automatisch auf der Seite der Vestas Wind AG. Wie Sie sehen, da geht es um Windräder. Die stellen Windräder her, Windparks, Offshore-Lösungen und so weiter. Also alles rund um Windkraft. Hier sind die Produkte. Gehen Sie mal auf die Homepage, gucken Sie es sich an. Also da ist alles Mögliche. Die Turbinen werden hergestellt und, und, und. Also alles, was mit Windkraft zu tun hat. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil für die Energiewende, für den Klimaschutz. Und da sage ich gleich nochmal was zu, warum ich glaube, dass da echt viel Wachstumspotenzial drin ist. Also hier natürlich ganz, ganz nachhaltig. Das ist mir ja immer sehr, sehr wichtig. Denn nur so können wir was bewegen, wenn wir unser Geld nachhaltig anlegen und uns natürlich auch nachhaltig verhalten im Konsum. Wenn wir hier auf die ISIN drücken, Sie sehen an der Hand dem zwei Buchstaben DK, das ist ein dänisches Unternehmen, dann landen Sie automatisch bei OnVista. Sie können natürlich auch die ISIN überall woanders angeben. Dann sehen Sie die Vestas Wind Systems, heißt es lang ausgesprochen, ich sage nur kurz Vestas AG. Und da sehen Sie schon mal anhand des KGVs von 41, das ist kein Value-Titel. Die ist sogar ziemlich teuer mit dem KGV von 41. Dividende 0,48. Ja, das ist ja weniger als bei der Bank, weniger als beim Tagesgeld und so weiter. Also auch die rockt nicht so richtig, warum will man die Aktie trotzdem im Portfolio haben. Und Sie werden gleich sehen, dass es viele gibt, die die im Portfolio haben wollen. Das sind die Wachstumsraten. 21 war es nichts mit Wachstum, da ging der Gewinn um 78 Prozent zurück. Vorher hat man mal 73 Gewinn, 42 Prozent Gewinn Wachstum. Dann ging es leicht zurück oder moderat, dann nur wenig Wachstum, dann richtig zurück. Dann hier wohl eine Konsolidierungsphase und jetzt wird hier richtig Prognosen abgegeben, die wirklich richtig rocken, sage ich mal. Ja, es ist 617 Prozent in 2024. Dieses Jahr dann danach nochmal eine Verdoppelung, 124 des Gewinns und dann nochmal 26. Also der Gewinn soll sich jetzt hier vervielfachen. Also von 23,08 auf 1,57 und das sind drei Jahre. Wenn das so kommt oder halbwegs so kommt, dann gehen auch die Kurse in die Decke. Dann haben wir auch eine Verdrei, Vier, Vier, Vier oder Viersechsfachung. Und das ist das, was ich auch erwarte von der Aktie. Also das ist kein günstiger Titel, der ist sehr teuer. Daran sieht man schon, dass es viele gibt, die das erwarten und deswegen schon investiert sind. Wie ich auch. Ja, die Dividendenrendite soll ein bisschen hochgehen auf 1,5. Ist ja nett, aber das interessiert eigentlich keinen so richtig. Sondern die sollen die Gelder lieber nehmen, um auszubauen, um ihre Werke zu vergrößern. Auch am Kursbuchwertverhältnis von 8,98 sieht man, der Titel ist einfach teuer. Ja, aber kann ganz schnell billig werden, wenn nämlich tatsächlich in 24 der Gewinn sich versechsfacht. Dann haben wir auch nur noch ein Sechstel des KGVs, wenn der Kurs nicht gleich mitzieht. Dann ist es nicht teuer gewesen. Das Ähnliche haben wir ja beide wieder gesehen in 23. Ja, ein KGV von 400 im zweiten Quartal. Im dritten Quartal den Umsatz irgendwie auch versechst oder versiebenfacht. Tja, plötzlich ein KGV von 24. Ja, Eigenkapitalrendite ist natürlich nicht da, weil eben 22 waren Verluste. Dann ist das natürlich negativ. Aber wir hatten hier schon eine Eigenkapitalrendite von 23%, 28 und so weiter. Und das wird sich auch wieder einstellen. Also das ist wirklich ein Titel, der in die Zukunft geht. Verschuldungsgrad, Eigenkapitalquote 15%. Das ist natürlich enorm. Das heißt, wenn jetzt das Wachstum nicht so kommt, dann kann es da schwierig gehen. Würde ich mir aber jetzt bei dem Unternehmen wirklich keine Sorgen machen. Denn wenn Sie sehen, wer investiert ist, da wird es dann sicher Lösungen geben, wie man das finanzieren könnte, wenn dann doch mal ein Loch entstehen würde. Hier nochmal eine Beschreibung, klar. Dänisches Unternehmen. Und schauen wir mal, wer da alles investiert ist. Da haben wir sie wieder alle. Die Großen sind alle investiert. Schroder Investment, Vanguard Group. Mitsubishi ist investiert. BlackRock, BlackRock nochmal. BlackRock dreimal mit drei Fonds sozusagen. Nordea ist investiert. Amundi ist investiert. DNB, Paribas, Fidelity, Rubeco. Rubeco ist ein Unternehmen, das sich schon sehr, sehr lange, schon über 20 Jahre auf nachhaltige Investments spezialisiert hat. Und wenn die an Bord sind, und da kenne ich auch den ein oder anderen Fondsmanager, dann ist das wirklich ein gutes Unternehmen, das eine Zukunft vor sich hat. Und damit auch Kurspotenzial. Schauen wir uns mal die Kurse auch an. Den Chart. So zum Schluss nochmal. Da sehen wir, das schwankt schon ordentlich. Das sind drei Jahre. Nehmen wir mal zehn Jahre. Die gibt es ja auch schon länger. Da sieht man dann schon eher auf zehn Jahre, dass das Unternehmen doch steigt, steigt. Hier natürlich zu 21 enorm viel. Da war eben Thema CO2 und Karbonisierung gerade ganz vorne. Also CO2-Emissionen. Dann steigt es natürlich auch mit neuen Aufträgen. Dann geht es hier wieder zurück. Im Moment eher so eine Seitwärtsbewegung. Ich habe hier unten eingekauft. Das ist, glaube ich, mein bester Titel. Mit 23 Prozent in zwei Monaten. Oder drei Monaten. Also das ist ein Titel. Diese Sprünge, die sehe ich in den nächsten Jahren auch noch. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass sich diese Aktien nicht nur verdoppelt, sondern mehr. Das erwarte ich im Moment. Deswegen mit im Portfolio finde ich ein spannendes Unternehmen. Und Windkraft ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil wir mit Solarenergie ja immer nur tagsüber Strom herstellen können. Und nachts irgendwie. Da brauchen wir aber mehr Strom. Das heißt, da braucht man einen Ausgleich, nachdem die Speicherung ja immer noch ein Problem macht. Kann sich noch ändern, aber Windkraft auf jeden Fall eine tolle Sache. Wenn auch umstritten. Klar, gibt es auch Nachteile überall. Aber wie viel Geld gerade investiert wird und wie viel Geld in erneuerbare Energien fließt, auch vom Start mit Förderungen, das wird noch weiter zunehmen. Und deswegen sehe ich hier eigentlich eine große Zukunft. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen alles Gute. Ich danke Ihnen für Ihr Thomas Hupp. Wünsche Ihnen alles Gute. 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 Wünsche Ihnen alles Gute.